So Leute, was geht bei euch? Willkommen zu einem neuen Video, wie ihr sehen könnt. Ich hab mich ein bisschen umgestellt, also ein bisschen so umgesetzt, ne? Weil da steht normalerweise mein Tisch, ne? Und dann nehm ich normalerweise auf, aber egal. Ich hab's da drauf, ich wollt einfach mal kurz so ein FAQ machen. Dachte ich mir so nebenbei. So, ich hab hier alles gerade parat hier so aufgestellt. Alles perfekt und so. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen, aber ich wollt die Kamera eigentlich anders stellen. Aber ich hab gar keinen Platz, ich muss mein ganzes Zimmer noch umfragen. Ihr wollt gar nicht wissen, wie es hinter der Kamera aussieht. Einfach total schabend. Wir fangen jetzt einfach direkt an mit dem Video, gebt euch. Baden in Chicken Wings Baden in Chicken Wings? Hä, wie kommst du jetzt auf Baden in Chicken Wings? Sponsor it, be expert. Ja, expert, sponsort mich doch mal. Die Zuschauer hätten bestimmen sollen, wer mehr Rauch hatte. Es war nämlich Sina. Das Ding ist, er raucht schon länger, sich ja. Vielleicht hat er es auch bei sich so gesehen, dass er mehr Rauch hatte. Man kann sich das doch mal in Ruhe angucken, wer mehr Rauch hatte. Hast du im Video bei Wodafone angerufen? Meine Schwester hat mich angerufen, weil sie sich abgefuckt hat, weil der Router nicht gegangen ist. Also der Router, der DSL-Scheiße da hat nicht funktioniert. Fast eine Woche haben wir gewartet, bis DSL wieder funktioniert hat. Das tat weh. Hat mich auseinandergenommen. Warum redest du wie ein Assi? Soll das cool sein? Artikulier dich richtig. Ich hab mich richtig artikuliert, weil du das gerade fragst, ne? Und ja, ich rede auch klar Deutsch, weil du es auch verstehen kannst, ne? Aber wie ihr schon sehen könnt, ich kann flüssig reden. Ich rede gerade flüssig in die Kamera ohne irgendeinen scheiß, äh, wie nennt das ich jetzt? Sprachfehler zu haben, weil ich ganz genau weiß, wie viele Leute mir zugucken. Es sind ungefähr 100 Leute meine Videos. Also muss ich auch nicht deswegen auch ein bisschen anstrengen. Hallo, ihr guckt meine Videos, ihr findet mich lustig, ihr feiert mich. Wohin, Digga? Weil einer zu mir sagt, ey, die lachen sich alle über dich aus bei YouTube. J-Diga, juckt mich das? Ihr müsst nur eins wissen, wenn ihr mich irgendeinen Geier anschreibt auf Insta oder irgendein anderer Hund und zu mir sagt, ey, deine Videos sind so lächerlich, du machst nicht nur lustig im Internet, also du machst nicht nur lustig auf YouTube und sowas. Digga, halt deine Schnauze, das hört mich an Scheiß auf. Die Leute, die das sagen, die sind alle neidisch. Die haben alle den Arsch offen. Genug gelabert, mach mal weiter. Das ist ein Kommentar von Actube. Ich schieß das mal genauso, wie du es geschrieben hast. Lasst die Leute doch so sein, wie sie wollen. Ich mag keine Meinungsblogger, die gegen andere Videos machen und lustig darüber machen, weil das führt zum Mobbing. Du kannst schreiben, was du willst und auch davon halten, was du willst. Meinungsfreiheit, ne, ist klar. Aber ihr müsst eins verstehen. Das Video sollte kein Mobbing sein. Das Video sollte zweitens kein, äh, kein beleidigen. Ich hab mich nicht mal beleidigt. Ich hab mich mal ein bisschen lustig gemacht. Aber dieses lustig machen, sollte auch nicht Mobbing-mäßig rüberkommen. Weil es so rübergekommen ist, ja, dein Problem. Alle anderen haben es verstanden, aber kein Problem. Jeder hat seine Meinung. Egal, mach mal weiter. Ey, du hast was gegen Fette. Ja, brus, auf jeden Fall, oder? Die Kamera ist gerade eben ausgegangen, wegen, ähm, über 10 Minuten. Excel macht Distract. Ey, hat er Distract gemacht. Kannst du mal kochen? Ich hab einen Kochkanal. Ich kann den euch gerne in der Videobeschreibung verlinken. Der Kanal heißt Chiriens Backstube. Da hab ich schon ein paar Videos hochgeladen, also könnt ihr euch gerne geben. Kommt ein 6-Minute-Abo-Special. Link in der Videobeschreibung. Wie alt bist du? Guck dir mal auf meinem Instagram-Account. Da steht 17 drauf. Ich bin 21. Ich hab das extra gemacht. Bisschen Leute verarschen. Fertig. Ja, ich bin 21. Ich hab mich als 17 da eingetragen. Einfach so aus Spaß. Einfach so aus davon. So ein bisschen Leute verarschen. Vielleicht ein bisschen Spaß muss rein. Okay, Leute. Ich würd sagen, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war's mit dem Video. Und bis zum nächsten Video, ne? Haut rein. Haut rein. Ciao. ich bin vom Leben gelangweilt. Ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR